hallo ihr lieben heute habe ich wieder ein leckeres kuchen rezept für euch ohne backen besser gesagt bananen tiramisu es ist richtig richtig super lecker und zeige euch die zutaten dazu ich habe erstmal die creme vorbereitet dafür habe ich eine packung schlagsahne mit einem päckchen sahne steif geschlagen dann brauchen wir zwei packungen schmand ich habe zwei packungen schmand mit ein päckchen vanillezucker und 150 gramm puderzucker cremig geschlagen und habe eine packung 500 gramm quark hinein gegeben ich habe mager quark genommen ihr könnt natürlich auch den 20 prozentigen nehmen fertig wäre dann erstmal die erfrischende creme durch den quark und wir brauchen bananen es ist davon abhängig wie groß euer auflaufform oder backform ist ich habe vier bananen genommen und diese schon mal in dünne scheiben geschnitten und wir brauchen löffel bis küts und natürlich kakao ich habe jetzt ganz normalen kakao genommen und mit milch vorbereitet die löffel bis küts werden in kakao eingeweicht und in die backform gegeben achtet darauf dass sie nicht zu weich werden ich tauchte in kakao ein und zähle bis vier und nimmt sie dann auch wieder raus so sind sie weder war ich noch fest einige habe ich dann einmal in der mitte durchgeteilt damit das auch in die form passt jetzt gebe ich die hälfte der creme darüber streicht das einmal glatt und gebe die bananen darüber über die bananen gebe ich dann noch eine reihe löffel bis küts die ich dann wieder in kakao eingeweicht habe ihr könnt die löffel bis gibt es auch in milch einweichen aber mit kakao schmeckt das natürlich besser jetzt gebe ich die restliche creme darüber streicht das einmal glatt und gebe den kuchen mindestens für drei bis vier stunden in den kühlschrank am besten ist das natürlich über nacht ich lasse das immer über nacht im kühlschrank nächsten tag habe ich den kuchen aus dem kühlschrank raus geholt und reichlich mit kakao bestreut und mit bananscheiben dekoriert ganz ganz wichtig natürlich wenn ihr den kuchen später essen wollt dann würde ich auf frische bananen verzichten dann könnt ihr bananen chips nehmen oder aber kurz vor dem servieren mit bananscheiben dekorieren so besteht da nicht die gefahr dass die bananen braun werden jetzt werde ich den kuchen einmal für euch anschneiden und probieren ich kann euch nur sagen der war oberlecker ich kann euch den kuchen mit ruhigen gewissen empfehlen so ihr lieben das wäre es dann eigentlich auch heute von mir ich hoffe dass euch auch dieses rezept gefallen wird ich wünsche allen die ausprobieren möchten viel spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten video